ja und damit willkommen zurück hier auf unserem kleinen schiffchen hallöchen und und boah scheiße ich muss mir ein neues Mauspad mal kaufen fällt mir gerade ein ich merke es wieder das ist so ein bisschen abgenudelt und die Oberfläche die ist nicht mehr so rutschig und wenn ich so um die Ecke gucke also wenn ich mich so drehe dann hakt das manchmal dann sieht das aus als würde es ruckeln aber das ist eigentlich die Maus die auf dem die nicht mehr schön gleitet das stört mich total ja was wollte man machen genau wir sind ja auf dem weg jetzt eigentlich müssen wir zum neuen planeten fliegen ich wollte einmal noch ein trüchen aufmachen hier einfach mal um zu zeigen haben wir noch drei schlüsselchen siehst du das eigentlich ja ich sehe das aber ich kann es nicht nehmen ja ich kann es dir ich bin ja dann recht geben ist ja alles was sind alles nur schilder ist ja wow siehst doch die werte hier ist aber auch nichts dabei was irgendwie besser wäre und ich schätze mal du hast eben besseres schild als ich ich habe ein schild mit 569 kapazität 27 prozent resistenz gegen 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 keine ahnung atom weiß ich nicht ja das beste schild was ich jetzt hier habe ist mit 511 kapazität und der rest ist alles schlecht ja toll so viel dazu und was hatte ich noch ich habe glaube ich noch eine granate dabei eine granate 68 schaden zwar hat radios ist das schrott ey ja lohnt sich irgendwie nicht ich verkaufe alles weg ja alles weg ich hatte mir ein neues schild gekauft das hat 567 kapazität ist sehr cool und ansonsten weiß ich ja nicht was ich mir geholt habe ach so ja genau hier ich habe mir ein neues outfit zugelegt wollte ich mal eben zeigen kann man sieht man das man sieht es ja hier man sieht so ein bisschen weiß ich nicht so ein bisschen digital muster was da hier so drauf sich bewegt und einen neuen hut für iridium alles ausgegeben so verschwenderisch ja sollen wir mal hoch zur brücke ja kann man machen so was ich noch gemacht habe ich habe noch ein paar teile für die fahrzeuge besorgt und zwar für die drei verschiedenen fahrzeugmodelle die schweberäder oder am geilsten sieht das eigentlich aus bei dem bei dem monowheel was einfach mal kein rad dran hat sondern nur licht aber dann sehen wir noch früh genug jetzt geht es ja aber wo stimmt kommst du ja dann sehen wir sicherlich auch ich denke auf dem neuen planeten können wir auch mit fahrzeugen fahren falls du die noch nicht benutzen kannst die schweblinge dann spawne ich mal eins und dann packst du das einfach selber nochmal bei dir in das zum einscannen auf die plattform ich bin nur überlegen ob ich mir ein neues sniper hole ich habe jetzt übrigens auch die verbesserte äh Panzerung bei dem standard fahrzeug die du hattest das hätte ich mir auch noch geholt ich habe mich zwar mal zwischendurch die maps abgeklappert die flecken wo wir noch nicht waren da die dunklen um zu gucken was ich da liegen lassen habe also keine missionen oder so gemacht nur jetzt einfach da die maps aufgedeckt ja hat mich aber level technisch auch nicht vorangebracht also auf den alten maps kriegst du ja gar keine großartigen xp mehr aber da ist mir aufgefallen also wir werden sicherlich nochmal auf die planeten zurückkommen warte mal wo ist es denn man kann nämlich gucken fortschritt zonen fortschritt äh das ist hier bei den verschiedenen planeten wir haben auf jeden fall noch so wenig bisher pandora planeten fortschritt wir haben bei auf pandora erst 28 prozent abgeschlossen 11 von 33 missionen also das heißt wir werden sicherlich auch mal auf pandora zurückkommen und hier auf äh merkwürdige zeiten auf 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 äh prometheer da haben wir auch erst 49 prozent also auch gerade mal die hälfte mit 9 von 15 missionen ja ja und auch ach 17 von 43 orten also hier werden sicherlich noch andere karten gebiete aufgedeckt später ok 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 gut du bist da dann starte hier mal auf nach athenas und da geht's schon los oh da geht's schon los hei oh sieht's ja ein bisschen rötlich aus und die kerle sind unerbittlich landekapsel bereit wenn du's bist kajot die sind auch überall achso wir sind doch beim letzten mal hier schon hingefahren achso das hatte der nicht gespeichert stimmt ne haben wir schon gesehen wir sind noch nicht in die kapsel gestiegen machen wir das jetzt mal äh wo ging das wir mussten ganz nach unten ne ja wie ging's denn da unten hier also langsam findet man sich zurecht in diesem fetten Raumschiff und diese roten Sachen hier das sind alles Dinger die wir denk ich mal irgendwann noch entdecken und dann sind die da da oben gibt's ja auch diesen einen Raum mit den ganzen ein von einer seelensaugenden Sirene angeführter Vanditenkurat Firmenkrieger auf Promethea wir stecken in der Scheiße Amigo kein Zweifel tritt einfach weiter für Lil in Ersche ach irgendjemand muss ja hilf rein wenn du so weit bist alles klar äh was wollte ich sagen hier dieser eine dieser eine Raum von dem Sir Hammerlock da dieser Jagdraum wo die Trophäenhalter an der Wand sind genau die kriegt man auch nach und nach ne wenn man diese Viecher platt macht hab ich gesehen da haben wir schon eins platt gemacht das hängt dann da der Kopf ok cool da bist du ja da bist du ja passend für den Kampf ich bin Maja komm zu mir ins Marktviertel ein Bataillon Malihuan Soldaten zertrampelt mein Haus und ich würde mich über Hilfe freuen du weißt schon bei ihrer Auslöschung ach cool sieht das aus hier schick hm hier ist Ende ich guck mal die Karte wie sieht die aus oh ja da haben wir ein bisschen was zu laufen auf jeden Fall ok nice Sturmhafen schon erwähnt ich dass ich ein neues Mauspad brauche das nervt ja hattest du ich weiß ich wollte es nur nochmal erwähnen das nervt das ist mir bisher nie so aufgefangen aber wo ich jetzt mit dem mit dem Monobil gefahren bin und dann in den Kurven und so das war ja die gibt es ja nicht ich dachte dass meine Maus wäre unten dreckig oder so aber ne das Mausbruch ist auch gelöscht zu das ich S Aha Brauerei ja Academic District Ich bin Ayer Oh, was ich jetzt nicht gesehen hab. Oh, hier liegen schon wieder die Leichensäcke. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Was? Wer hat mir den nachgeschickt? Du hast mir den nachgeschickt? Nee. Ja doch, wer war im Handy. Äh, äh... Was ist das denn für ein Travallseller? Wie, da steckt uns nicht mehr einer. Nee, da ist so ein Typ. Wo? Da ist wieder so ein fliegendes Gehirn. Jetzt nicht mehr. Weg war der Schild. Uh, die Sniper ist gut, ja. Was, 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 was ist denn hier so? Alarm schlagen? Erledigt diese Truppen. Ich bin bald da. Ich sorge nur für etwas. Kamera Neuausrichtung. Und da ist er weg. Tötefinder aus großer Distanz, ja. Wenn ich nur so schön viel Medizierung hätte. Der Sniper ist echt nice. Jo, ich habe auch so ein cooles, ja. Es hat einen guten Wumms. Es ist gar nicht so wirklich Sniper, weil das Feuerstoß hat. Es spielt sich nicht wie ein Sniper. Ja. Eins ist auch butterweich, ja. Von Dahl. Ja, mag sein. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Dahl. Ja. Das sind, glaube ich, immer die Getarnten, ne? Von Dahl. Wie die Getarnten? Ja, die haben so ein Zahnmuster drauf. Okay, ja. Stimmt. Habe ich noch nicht darauf geachtet. So, wir kommen hier irgendwo noch hoch. Ach, komm ey. Ja, sag mal. Fällt der denn da immer wieder runter? Aha. Ne. Na gut. Hätte ja sein können. Dann, äh, nicht. Sniper-Munition. Nix. Natürlich nicht. Eine. Ist besser als keine. Jo. Allerdings. Weh. Jetzt ist ja noch mehr los. Ah. Die machen keinen Urlaub. Schon wieder so ein Kugenscheinblock. Hey, ja, 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 ja. Hier, friss die Granate. Uh, ja, da kommt er doch direkt an. Wunsch. Und Schüss. Jippa. Zwar, egal welche Waffe ich gerade habe. Irgendwie ist genau die Munition immer nicht da. Was soll denn das? Hey, er legt mich doch am Fuß. Das gibt's doch nicht. Ich spiele mich ärgern. Oh, was war denn hier? Liegt da einfach eine blaue Waffe in der Ecke? Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich sehe hier was. Ach so, da habe ich draufgeschossen. Bei mir war das keine blaue Waffe. Eine Crew-Anforderung ist nämlich hier. Warte mal, warte mal, wo ist sie denn? Wie kommen wir denn da hin? Siehst du das? Na, das grüne Symbol. Oha, das grüne Symbol hier. Ach da. Ähm. Der muss irgendwo da oben sein. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da oben? Hier, ich bin schon oben. Wie, du bist schon oben? Ich bin schmogen. Ah. Sehr cool. Genau. Und wir haben ja schon mal bei meiner Reise nach Athenas gesehen. Und es war die Königin. Als ich die Kammer gefunden hatte, zahle ich mir Atlas einen Haufen, um eine Friedensgesandtschaft anzuführen. Später fand ich ja aus, dass diese bastarde Spione darin untergebracht hatten, um eridianische Artefakte zu stehen. Ich bin ja kein Heiliger. Aber mein Wort, ich habe auf Athenas nichts gestohlen. Bei der Ehre Typhons. Hm. Wenn wir alle von diesen Dingern hier, den Loks, ne, weißt du ja, auf einer Map gefunden haben, dann können wir diese komischen fetten Beutetruhen öffnen. Okay. Die wir da, diese, diese senkrechten Tresore da, diese Huhn. Weißt du doch, haben wir das schon gemacht. Ja. Was ist denn das hier? Ich schlag mal den Gong. Ach so. Uiuiui, wer ist das denn? Ach so. Laserschwert, guck dir die an. Majahi, Majaho. Ja cool, dann haben wir übrigens wieder eine Sirene am Start, wenn die Lilith ja out of order ist. Du treibst dich also mit den Raiders rum? Schätze, Lilith musste mich früher oder später ersetzen. Bereit für etwas Action? Maliwan besteht aus jeder Menge Technologie-Nerds. Machen wir ihnen die Hölle heiß. Dachte ich mir, mir nach. Wir treffen uns mit meiner Schülerin, falls sie noch nicht umgebracht worden ist. Ähm, ja. Das Fragment ist in einer eridianischen Einsiedelei eingeschlossen. Sexy, Hexy, aber... Das bloße wurde von Mönchen darum herum erbaut, die es für heilig hielten. Ist es vielleicht, aber im Moment zieht es die falsche Aufmerksamkeit auf sich. Diese Sirenen, die haben alle so einen Fetisch, ne? Die müssen immer einen Arm frei haben, damit man erkennt, dass es auch ja Sirenen sind. Das klappt, bis Maliwan uns gefunden hat. Damit immer nur die erleuchtende Stato sind. Ach du, ihr dämlichen Pazifisten-Mönche. Hier spricht Unterdrücker Tron. Alter. Das ist nicht nur ein Titel, Unterdrückung ist mein Mitjeden. Athenas ist jetzt Eigentum der Maliwan-Corporation. Ich muss hier nochmal eben kurz wo hoch. Wie kommt die Möge hin? Äh, Sully? Ja. Wie öffnet man ein... Ah, hier. Wie öffnet man einen gesperrten Safe? Wenn man den Schlüssel findet. Was? Gesperrt? Nee, also ich mein... Warte mal, Band. Strahle. Ja, ich hätte gern einen Schlüssel. Wie zum Beispiel... Da gibt es noch viel Kohle auf den Dächern, ne? So, das war's. So was wie, äh... Blitz oder so, dass man das Ding kurz schließen kann? Keine Ahnung. Hier, guck mal. Hier, 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 hier. Kommst du? Guck mal hier, siehst du? Ich hab' ich schon mehr als einmal gesehen. Du rennst vorbei. Gesperrt. Vielleicht später. Das hab ich auch schon gesehen, ja. Merkehörig. Ey, Musik hier ist cool. Hör mal die Musik. Jo. Oh, Mann, ey. Könnte man ja glatt einschlafen, wenn wir hier jetzt keinen Action haben. Voll die Trance-Musik. Hör zu, Mönche. Ich weiß, dass ihr glaubt, ich würde das tun, um euch zu quälen. Aber eigentlich mach' ich das nur, damit mein großer Bruder stolz auf mich ist. Er ist ein General und ich habe deshalb einen, äh, riesigen Minderwertigkeitskomplex. Wenn ich also euer ganzes Kloster niederbrennen muss, um ihn zu beeindrucken, dann werde ich das tun. Versteht ihr? Das versteht ihr doch, oder? Aber klar noch. Ey, das sieht ja hier mal richtig geil aus. Du kommst dir ja vor wie ein Tibet oder so. Ja. Dies sind die persönlichen Aufzeichnungen von Captain Trant. Und wenn einer von euch Statuenputzern zuhört, werdet ihr schon merken, was auf euch zukommt. Klinge ich eigentlich zu verträumen? Als ich klein war, nannten mich alle Kleiner Sammy Träumt. Ich habe geredet, mein Name ist Samuel Trump. Trump! Aber sie haben nie meinen richtigen Namen gesagt. Tja, ich bin wirklich gut geworden. Und eigentlich gar nicht mehr verträumt. Die Imperator Trump. Na? Komm. Ja. Wo ist jetzt hier los? Ja, ich spring mal rein da. Mittendrin statt mir dabei. Wo ist denn der Große? Da war doch gerade noch ein Großer. Wo ist der hinten da? Da ist er weg, der große Mann. So. Ja, schützermarsch. Kopfschutz. Äh, Kopfschutz meine ich. So. Das ist voll cool. Wenn er diesen einen Typen auf die Tanks schießt, explodieren die sofort. Das wollen wir treffen. Natürlich, äh, hier. Komm her, oder? So, zum Beispiel. Ja. Ja. So, zack. Ist noch so einer. Und. Klatsch. Da, was jammert die denn? Ach, ich friere. Warum das denn? Ich bin eingereist. Mann, hier wäre jetzt mal eine Waffe mit Blitzgut, aber ich rühre die jetzt noch aus. Ach so. Das Magazin ist leer. Das Magazin ist leer, gut. Oh. Wer sagt das doch? Warum steht die ganze Zeit ein Typ neben dir? So ein fetter. Ha. Moin. Da. Oh, mit Eis ist der gestückt. Aber geil, die sind nicht mehr gestückt. Jetzt ist er platt. Deswegen komm her. Ich brauch ganz schnell meine Anmerkung. Na, aber. Irgendwas mit Strom zum Beispiel. Wie hier. Hä? Jetzt ist alles platt, oder was? Na, hier oben sind wir noch nicht. Äh. Hab ihn. Oh, wie schnell laden die in ihr. Wie schnell laden die in ihr. Ihr scheiß Schild. Autsch. Ui. Da bin ich aber gerade weit geflogen. Was? Ne, ich will das Ding noch nicht läuten. Ich will das mal looten. Erst looten, dann läuten. Hey, das gibt's ja nicht. Das ist doch mal die Munition, die ich brauche. Ist doch nicht so schwer. Äh, hier unten gibt's noch eine Waffenkiste. Ja, ping mal an. Zwei, nein. Mhm. Das gibt's doch nicht, ey. Oh, hier ist immer noch so ein fettes... Wo ist denn die Waffenkiste? Stehst du vor dem Ding und weißt nicht, ob du den aufheben sollst? Genau. Warum nicht? Ich glaube, ich bin auf 10. Ja, aber 500, fast 600 Kohle bringt der. Wer? Na, dieser Raketenwerfer, der da lag. Raketenwerfer, kann ich sehen. Ach so, ja gut. Ach stimmt, bei dir lag vielleicht was anderes da. Ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ich nehme das mal mit. so die karte hier geht es auch noch hoch ja da war ich gerade und jetzt wo sie denn das war ein zweiter das ist tatsächlich hier tibet mäßig jetzt sind wir hier im kloster oder was ist so schwer an einem ort zu halten wie aber deshalb habe ich sie aufgenommen entweder das schlüssel friedlichen planeten ich liebe diese firma und es geht schon wieder los ich gehe mal den dicken zur brust hier schade ist schon wieder vorbei und tschüss das war es ach hier ist wieder so eine komische kiste die wir auch noch nicht aufkriegen weil wir dieses komische gestein hier noch nicht wegkriegen ich bin echt gespannt was da noch kommt hier drinks immer ein drink geht nicht ich kann hier spielen das geht auch nicht ähm ja kommt mal ein nachhoch ist das was schönes? ne claptrap was hast du denn jetzt gemacht? Welche Schätze könnten da drinnen sein? Schau mal nach. Uh, yeah. Ich bin ein Raketenwerfer. Ja, 680. 680 Eliten. 15. Solange das Ding wertvoll ist, ist mir das ja wurscht. Die meisten Waffen sind gerade mal 100, 200 Tappen wert und da ist so 680, ich war gar nicht verkehrt. Kann man schon mal mitnehmen. Hey, Sniper-Munition. Habe ich gerade nicht am Start, ach so. Ach, ja. Hier. Ah, was für ein Glück. Eine Kiste. Hm, eine Kiste. Noch eine Kiste. Maliban. 160, 170, naja. Ja. Ja. Ich würde, ja, ne, ich nehme jetzt am Kiebenschatz mit.